Merle schreibt zu machst du was? Ich suche erbuttelnden Menschen. Merle holt dich ab für 20 Sub gehilft. Wollen sie wirklich machen? Jaja, Merle meinte sie wirds auch umsonst machen. Weiß Merle überhaupt wo ich bin? Jaja, ich glaub schon. Sie meinte sie hat dein Standort. Merle ich bin in Siegen. Hm, komisch. Merle schreibt nämlich nichts mehr. Ja, ist auch. Aber es gibt dann wirklich keinen Sinn. Also ich glaube wenn man mich abholt. Digga, das ist ja wirklich. Das ist so weit weg. Das ist so dumm mich abzuholen. Wenn man jetzt herkommt, das ist gerade so, das matcht gerade so mit dem Zug den ich bekomm. Also bekommst du den Zug. Ah ne, wait. Es geht ja darum, dass du...